Nächste Station ist Mechtersheim, Lindenplatz. Nächste Station ist Mechtersheim im Krautgarten. Nächste Station ist Mechtersheim, Madenburgstraße. Nächste Station ist Mechtersheim, Kropsburgstraße. Nächste Station ist Mechtersheim, Speirerstraße. Nächste Station ist Heiligenstein, Hallenbad. Nächste Station ist Heiligenstein, Vietriftstraße. Nächste Station ist Heiligenstein, Dorfbrunnen. Nächste Station ist Heiligenstein, Kreuz. Nächste Station ist Heiligenstein, Hermannöhnstraße. Nächste Station ist Berghausen, Edithsteinstraße. Nächste Station ist Berghausen, Maxenweidenweg. Nächste Station ist Berghausen, Kirsche. Nächste Station ist Berghausen, Eisenbahnstraße. Nächste Station ist Berghausen, Germersheimerstraße. Nächste Station ist Speyer, Paul-Iggelstraße. Nächste Station ist Speyer, Weisgerberstraße. Nächste Station ist Speyer, Diakonissenkrankenhaus. Nächste Station ist Speyer, Melchow-Hessanlage. Nächste Station ist Speyer, Karl-Lein-Allee. Nächste Station ist Speyer, Domplatz. Nächste Station ist Speyer, Dom, Stadthaus. Nächste Station ist Speyer, Maximilianstraße. Nächste Station ist Speyer, Wormserstraße. Nächste Station ist Speyer, Postplatz. Nächste Station ist Speyer, Postgraben. Nächste Station ist Speyer, Hirschgraben. Nächste Station ist Speyer, Bahnhofsvorplatz. Nächste Station ist Speyer, Hauptbahnhof, Zentraler Omnis-Bahnhof, Zopp. Nächste Station Speyer, Main Station, Central Omnibus Station. Diese Fahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit dem Rhein-Pfalz-Bus. Auf Wiedersehen.